so was geht ab bei euch alles weg was geht ab bei euch willkommen zu what of tanks also keine ahnung warum ich jetzt hier links auffahre aber okay dann ist das so hast du gerade meine katze beleidigt du ein artist dabei meine geschienene frau die hat alles verkauft alles weg oh nein jetzt bin oh jagdpanzer hat mir eingegeben alter meine fresse ist ja alles da die ufos welch mal rechts gefahren dann klau die meine kippe dafür kriegt sie jetzt eine anzeige alle recht eine anzeige man jetzt kriegt er alle eine anzeige an aus das verspreche ich euch das ja gut und zergeläuft achte vb ist auch richtig lahm lässt gar nicht mal so schnell ich komme 6 km h schneller wie der jagdpanzer jahr nun hat ich habe ich da bin ich dass es dann am ende heißt so ein krieg vorbei ist ich habe gar nichts gemacht gar nichts ich habe nur eine bier getrunken eine bier die foten von mir weg hast du gerade meine katze beleidigt die foten von mir weg hast du gerade gemacht ich fasse sie nicht ich hoffe dahinten steht links keiner so kann man es auch machen einfach brutal da rein oder bremt aber nicht durch mein schuss so alle unten man sind das ist der wahnsinn boah wie schnell fett der denn hier wo wusste denn okay das dahinten noch jetzt muss ich laden nice freunde nice so den fv wo ist er der versteckt sich da ich glaube nicht dass er sich noch mal zeigt ja was soll man sagen die panzerung vom fv wo ich treffe gar nichts so unglaublich aber ob sie wieder mal siegreich nice das war es ihr lieben tausende nun hat ja kann sie sehen lassen